Musik Liebe Freunde in nah und fern, liebes Gehälterfolg, dieses Jahr findet er nicht statt. Der einzige Trecksponsor auf der Welt. Aber wir wollen uns nicht lumpen lassen und Bangladesch trotzdem unterstützen. Gerade jetzt. Und deswegen, auch wenn ihr keine Disco und keine DJs und nichts zu Hause habt, zwei Dinge habt ihr doch. Geld. Und davon haben wir doch alle eine Menge. Deswegen lasst uns auch dieses Jahr geben. Und auch Trecks, den habt ihr doch auch. Und deswegen lasst uns die beiden Dinge kombinieren. Wir wollen die Gehälter-Trek-Facken-Challenge machen. Nehmen einen Eimer Dreck, hauen die auf den Kopf und spenden für Bangladesch. Dann nominiert einen Kumpel und er wird auch für Bangladesch spenden und sich Dreck auf den Kopf kommen. Deswegen seid dabei. Gehälter-Trek-Facken-Challenge. Dreck-Facken-Challenge. Zahra-Van.